Aber jetzt sind wir auch bei dem Konsti, Arthur und Niki Teil des Brackets, die alle noch mal ein bisschen über den anderen Spiel anscheinen, haben alle kein Set gejobbt gegen halt keinen außer sich selber jetzt den 3 und tun sie eigentlich auch fast nie. Also die waren halt auch ganz klar die Top 3. Ja, auf jeden Fall. Wäre auch ein massives Upside gewesen, hätte einer von denen hier was verloren. Hm. Ja, das Ramek aus Winners Sammys. Und das Sammys war sehr interessant, war ein 3-1 für Arthur, aber alle Games sehr, sehr close. Konzerte auch ein Super-Panisch-Game fand ich. Aber Arthur natürlich auch. Konzerte aber auch lange nicht mehr gewonnen, oder? Gegen Arthur. Finde ich schon. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gewonnen habe. Also ich kann es nicht so gut sagen, aber mir kommt es schon ewig vor. Machen sie auch noch mal ein Hand-Warner. Dann springen sie gleich rein. Und dann starten sie gleich rein aufs Stadium. Erstes Game. Ja, ich weiß. Arthur hat sofort gecornert schon mal. Ja. Kommt irgendwie raus. Ja, weil die kriegen keinen starken Hit. Eine Conversion. Stark. Aber Arthur legt stark los. Bereit für die Side-Dee, die war auch ein bisschen late. Hat er noch einen Jump? Ne. Ne, auch anscheinend nicht mehr. Ich habe sofort der Stock-Bag. Hier wieder ein F-Mash. Ja. War eigentlich ziemlich scary, dieser F-Mash. Der hätte ihn auch fast aufsage gehauen ohne Jump wieder. Ja, da möchte ich mal nichts an alles parken. Ja, das sieht leider gar nicht so aus wie das Winnerset. Das sieht gut aus, glaube ich. Ja, Arthur möchte ganz schnell das Run-Bagging-Nick hier in Granitzen. Da haben auch die Side-Dees von Arthur einen Nutzung, ne? Die stoppen immer die Short-A-Wood-Froaches. Oh mein Gott, er weiß alles. Er weiß wirklich alles. Puh. Ja, das ist rough. Ich meine, aber immerhin, Konstantin ist ein relativ sportlicher Junge. Ja. So, die Liegestütze machen ihm nichts aus. Oh nein. Oh, schön, ich werde das aber nicht getroffen. Er wird gegrabt, oder? Doch nicht. Ah, ist schon wieder den Gentleman gespottet. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob es bei den Prozenten geht, aber Marv kann theoretisch einfach den Shield droppen und dann nach unten halten und dann einfach grabben beim Gentleman. Okay, das ist verrückt. Aber bei 110 Prozent weiß ich nicht, ob das geht. Also, ich glaube, Drug-Drop, ich weiß nicht, wer es war, hat ein Video dazu gemacht, ne? Und das sind Liegestütze. Gott, verdammt. Ja, Liegestütze werden leider gar nicht so ernst genommen, wie ich dachte. Also, nehmen wir nach dem Set damit. Ja, aber ich hoffe, Konstantin fängt sich, es ist natürlich super, um ein Set zu starten und direkt geforstert zu werden. Ja, man schaut, ob man irgendwas findet. Schön. Ja, Double Jeff. Ist auch das Gute, wenn man jemanden jab, der in der Luft ist, kann man meistens garantiert ein Grab danach bekommen. Und so hat der nichts gesagt, super. Schon besser als im ersten Game. Ja. Ich wollte schon 1 Stock genommen. Ja. Aber Arthur, ja, Antwort, oh, okay. Schöner Drift. Ich dachte, das war sicher, dass wir. Ja, nice. Ich bin langsam ein bisschen zu Moven. Oh, David, F-Smash, ja. Hm. Ich dachte, der Edgegarten. Ah, dachte, er rollt. Von der Wave Dash. Schön. Nein. Den Double Jump mitgecatcht. Das war bestimmt mit Absicht, ne? Wahrscheinlich. Weil ich glaube, er hat gemerkt, dass zu late und hat er noch ein bisschen nach oben gejumpt. Ging mir für den Turmauk. Aber Arthur ein bisschen schneller und rollt einfach weg. Ja, wieder an der Edgegarten. Ja, aber das sieht gar nicht auf die Game. Ich dachte, das ist ein Done Deal. Da habe ich mir auch gedacht, er wird jetzt komplett vernichtet und ab zu Grand Final. Ja, aber anscheinend ist er noch nicht dann hier. Ja. Wahrscheinlich einfach das erste Game so stehen gelassen, wie es ist. Einfach nicht weiter darüber nachdenken und direkt das nächste. Ah, ja, das war ein guter Tipper. Diese Runaway Stomps macht man sich auch sehr gerne. Oh, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, Arthur, immer noch an Pall gewohnt. Ja. Man sieht sich auch schön, dass er top der Alfer kommt, dann kommt er doch runter und Arthur's Ready mit dem Grab. Schöner Farbenkick. Ja, doch, Lohnswert. Und noch einer? Es ist einfach der beste Move im Game. Anscheinend. Was will man da machen? Ah, nein. Ich verstehe es bei den Prozenten, aber ich glaube, der Letcher hat ja auch eine gute Chance gehabt. Ja, schön. Ja, wenn der Eski kam, ja, gut ist vorbei, würde ich sagen. Aber er muss das Game schön rauskürzen. Schön. Okay, nice. Das war eine super gute Seite. Oh mein Gott. Wieder dieser F-Mash. Ja. Aber die Zeitmas muss er vorsichtig sein, aber Falcon hat natürlich eine schwere Zeit gegen die Nerven, Marv. Das ist halt wie eine der wenigen Sachen, die es einfach fliegen kann und satten durch den Timing. Oh, schönes Basing auf der Fähr. Was ist, man war nicht ready für die Slider von Arthur. Oh. Cancy muss man seine Gentlemanes üben. Cancy muss man seine Gentlemanes üben. Die Gentlemanes sind noch unmöglich in NTSC. Übel. Stark, aber wow. Rangverzug. Super. Die Sache ist, die letzten Sets saß auf FD zwar schon am Ende ein bisschen closer aus, aber ich glaube, es ist schon der härteste Counter-Fick, den Arthur hat gegen Consti. Nicht unbedingt im Match-Up, aber bei den beiden scheint es anscheinend sehr, sehr stark zu sein. Ja, so normalerweise ist der FD halt echt ein schlimmstes Stage-Fit im Vergleich zu Spaces oder so. Ja, bei Arthur hat er echt was gefunden. Oh, das sieht man nicht auf, dass alle Connecten sind. Ja, außer heute, Arthur hat sich wirklich mit den Slides angekommen. Ah, ja, diesmal trifft die Zeit mir nicht, Arthur hat ihn ja gefasst. No, nein, nicht schon wieder der Wegwerfer. Oh, nee, nicht schon wieder Liegestütze. Nein. Weil er das Set dann noch gewinnt, wäre super. Die Menschen so zwei Mal gefasst werden, sollten das Set gewinnen. Ah, schön. Oh, das war die erste Achtung. Oh, nein, 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 das. Oh, das hätte sie so böse enden können, comecy. Schön, aber kriegt er nichts. Auch schwere Position, wo sie sich auch wieder sein Opening verdient. Und jetzt hat Arthur, weil er wieder die obere Hand hat. Oh, das ist ein Tripper. Ja. Oh mein Gott, er sieht wieder nach einem Vierstockbrot. Ich wollte mich, dass es wahr ist. Oh, nein. Oh, super. Okay, doch nicht. Das war's sehr. Er bleibt immer noch nur bei zehn Liegestütze. Ja. Du hast noch einen ganz schönen Berg, den er hier noch erobern muss. Oh, aber. Aber, aber. Aber, aber, ja, die tiefste Abwehr. Und jetzt Regrab, super. Es ist legitim noch machbar jetzt. Holy shit. So muss auf jeden Fall ein Vierstock laufen gegen Marv und dieser Stage. Wow. Du kannst dich jetzt daran erinnern, dass er gewinnen möchte. Wow. Oh mein Gott, was geht gerade mit dem Jungen, ja? Ja, ja, ich bin, ich bin wirklich. Und dann einmal irgendwie misspaced und jetzt ist er da. Ja. Tja. Ja, aber Arthur droppt trotzdem seine Scheiße hier nicht. Also die Sache ist so, du konntest ja so einmal so ein bisschen flop gehabt und Arthur sofort capitalized und ihn dafür getötet. Ja. Aber man hat auf jeden Fall das Feuer gesehen, also er kann auf jeden Fall auch nochmal das Game gespannt machen. Das ist bloß die Frage, wo er jetzt hingeht. Battlefield war ja schon. Ah, Dreamland, ja. Weiß ich es denn sonst. Nee, Dreamland finde ich auch super an den Matchen. Dreamland? Ja, das auf jeden Fall. Superstar. Du hast halt super viel Platz zu moven. Ja. Wie wir auch vorher schon gegen Fox gesagt haben, die Plattform nicht so super unbedingt für Marv. Auch wenn es halt nicht immer so viel, also nicht so viel ausmacht wie früher. Ja, es gibt halt neue Technologien, neue Panischen. Ja, aber dennoch. Vor allem Marv ist super schwer, dabei die Top-Plattform zu reachen. Ja. Übel. Also wenn es sehr viel Bock hat, kann er da einfach mal ein bisschen campen. Ja. Soll sich ein Zelt aufschlagen, ein Buch rausholen, vielleicht einen Tee machen. Vielleicht nur so 20x Storm. Ja. Aber für gewöhnlich machen das Spieler nicht. Ja. Vor allem Konsti nicht, er rennt einfach rein, der hat Bock. Ja. Er spielt keinen Melee ab und an, nur um dann auf Top-Plattform zu chillen. Er will nämlich Artur ficken. Ja, das stimmt. Und gerade hat er echt ein super Combo hingelegt. Leider hat es nicht zum Kill geführt. Aber es ist eigentlich auch für letztes Selt. Am Ende hat es dann auch auf Arturs Counterpick geendet. Also nicht ganz, das war ja kein Game 5. Aber Yoshis ist dann immer noch der Endgegner, ne? Weil ich meine, die Counterpicks für Marv in diesem Matchup sind eigentlich ziemlich stark. Waren wir nicht schon? Ne, wir waren nicht Yoshis. Wir waren FD, ja. Ja, genau. Erzähljomabdiv. Und das ist das hier. Okay, okay. Sehr schön. Der Game 5 würde ich sehr gerne sehen zwischen den beiden. Ich würde es auch, Konsti mega gerne zu gewinnen. Ja, übrigens. Auch wenn, muss ich ehrlich sagen, das Turnier sein, also Brand 5 ist ein bisschen langweilig. Also Arthur hat viel mehr Chancen gegen Niki. Wir haben ja auch gesehen, wie Klaus das war. Also trotzdem auf jeden Fall Hype und Konsti das holen würde. Vor allem, es geht hier um massig Geld. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht gerade schon den Unterschied zwischen irgendwie so 40 oder 80 Euro. Ja. Ich glaube, ich bin im Dreh. Schau es auch nochmal an, Dennis, der das Geld geraced hat aus dem Stream. Das ist auf jeden Fall super nett. Und auch danke an alle Leute, die da gespendet haben. Ich glaube, davon sind auch welche im Chat, weil ohne die, gäbe es nicht so viel Geld für unsere Top-Player. Ja, safe. Und das ist ja das Wichtigste an Miki, dass die Reichen reicher werden. Und Top-Player wie Niki, die eh schon einen Metafy haben, noch mehr Geld kriegen. Dafür spielen wir. Und dass die TOS reicher werden. Ja, die TOS reicher werden, dass die einen Zehner vom ganzen Wochenende verdienen. Oh, schön. Das ist das, was zählt. Ja, das ist doch ein Kato, das wir machen. Ja, bringt das zu Game 5 oder nicht? Das sieht auf jeden Fall so aus. Ja. Schiller, grüß. Arthur auf jeden Fall auch jemand, der da einfach nochmal den Hebel umdreht und ganz schnell das Held umdreht. Oh. Ah. Oh, er grabbt. Oh mein Gott. Was? Das war safe in der Olle, aber es hat geklappt. Oh. Oh mein Gott. Komplett erledigt. Okay, das war sick. Klau auf, Konsti, er hat eine Familie. Konsti ist geistig krank. Er hat wirklich eine Familie. Legitim. Er macht das einfach mit einem Familienvater. Ist das nicht unverschämt von Konsti. Ich meine, die Falling Upware hätte ich nicht erwartet, aber dann noch die Side-Bee. Ja, ich meine, er war ja schon tot. Ja, aber trotzdem. Es war auf jeden Fall cool. Er wollte ein Zeichen setzen und er hat es geschafft. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Yoshi's. Ja, auf jeden Fall. Oder Fountain. Ja, das letzte Mal war er auch auf Yoshi's. Wow, ich wollte so gerne. Ist jetzt noch kein Hiss. 102% Atze. 103% Atze. Oh nein. Oh nein, das ist scary. Das ist super scary. Oh, und kriegt die Abwehr aber. Aber er kommt safe zurück. Oh, die Abwehr war super. Ah ja, ich weiß auch nicht, was man am besten macht. Ja, das ist richtig komisch irgendwie immer. Aber er macht die Up-Tills. Kriegt gar nicht schon viele davon. F-Smash? Nee. Arto weiß besseres. Aber er hat es ihm tricky gemacht und kommt wieder zurück. Darf mir das jetzt bloß in diesem letzten Game nicht schenken. Kein Jump. Er ist nicht gelandet. Oh, das ist scary. Oh. Schade. Oh, schön. Nicht auf... Wow. Nein. Ja, aber Arto hat natürlich auch schon schnell gemacht. Ja, das wird ein bisschen misspaced. Aber Konsti hat gut drauf reagiert und einfach den Becker in seine Fresse gehauen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was wir sehen wollen. Wir wollen vor allem erstens das und zweitens, wir wollen auch, dass es Klaus wird. Oh, ja. Oh, mein Gott. Der klügste Mensch auf Erden. Ja. Oh. Aber hast du wohl doch immer an der Edge getroffen von Konstis Afers, ne? Ja. Aber es liegt bestimmt auch daran, dass er ein bisschen late ist, ob den Punished to the Ledge Grab und dann wird er halt dafür noch getötet. Ja, das ist halt immer so eine Sache, wenn du halt ein bisschen zu spät dran bist, Gegner snatch die Ledge und punish dich dafür. Ja. Das ist halt so die Frage, ob du halt trotzdem dafür gehen willst, weil wenn du halt hittest, dann ist der Gegner... Oh, das war der Double Jump! Ist auf jeden Fall risky, aber man kann halt machen. Man muss ja auch mal contesten. Aber jetzt ist hier erstmal totgleich. Ja. Das ist ein super loses Fein. Ja, ja, ja. Oh, er wollte alles. Das war, glaube ich, auch schon Afterall-Prozent. Oh, mein Gott. Oh, ich hätte auch die... Oh, er hatte sich halt auch aufgespart. Ja, er hat das den ganzen Tag nicht gemacht, außer jetzt, wo es wirklich wichtig war. Oh, der F-Maschie! Oh! Oh! Alter, die macht so viel Arbeit, diese Daumenber. Ja, und das ganze Set schon. Aber hier könnte es auch vor... Oh! Oh! Er hat einfach nach unten gehalten. Er ist so smart. Er geht hoch. Er misst. Oh! 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 Okay. Oh! Oh! Holy shit. Was für ein Set. Was für ein Set. Konsti, nicht glücklich drüber. Ja, er war so krass. Aber, nice shit. Ja. Von Arthur. Oh, wow. Wow. Sehr beeindruckend. Schau von Konsti, aber auch super von Arthur. Was für ein krasser Typ mental zusammengeblieben ist. Und der Konzer am Ende hat auch wirklich so viel Arbeit gemacht. Ab dem Counter ging es bergab. Ja, auf jeden Fall. Ab da war Konsti so ein bisschen brungen. Er hat es wieder zurückgebracht. Ja, auf jeden Fall. So nach dem Counter hat er schon ein bisschen passiert, aber dann hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Okay, ich kann es noch gewinnen. Hat leider nicht gereicht. Ja. Es war super close. Ich hätte es ihm auch so hart gegönnt. Ja, selber. Er hat so viel gearbeitet dafür. Vor allem das ist halt so das erste Turnier seit Jahren in Berlin, was ein bisschen größer ist. Ja. Oder halt auch so wichtig, so Prestige ist eigentlich jetzt mal. Und da würde ich es ihm halt so hart gehen, gerade den Zoom-Turnier zu besiegen. Ja. Aber nee. Mal wieder close. Arthur hat auf jeden Fall disagreed. Ja. Der hat da keinen Bock drauf gehabt. Aber es ist ja auch öfter so bei denen, dass sie close set spielen, aber Arthur einfach immer als Gewinner rauskommt. Ja. Aber das ist halt die Sache. Es ist halt so scheißegal, was close ist. Ja. Ja. Wenn du halt kein Set gewinnst, dann gewinnst du kein Set. So einfach ist das. Leider die Wahrheit. Du kannst so viele Games holen, du kannst so viele Friendlies gewinnen und so oft Game 5 Last Dog gehen. Wenn es einfach nicht klatscht, dann Pech. Ja. So ich zum Beispiel, ich habe auch so oft gegen Blaze Game 5 Last Dog gespielt und unser Set-Count ist 9-0. Fuck. Deswegen. Ja, gut. Ich habe heute 봤.